Die Macht des Gelbs. Glitz. Halt! Polizei! Vincent Mora ist eigentlich ein knallharter Fall für die Polizei. Doch seine Fälle löst er selber. Warum sehen Sie in den Spiegel? Wir werden verfolgt. Sind Sie sicher? Wenn ein anderer Wagen die gleichen Kurven fährt wie meiner, ist das ein verdammt guter Grund sicher zu sein. Wissen Sie, wer es ist? Nein, aber ich denke, es ist Zeit, es rauszufinden. Bon Appetit. Wer verfolgt die Spur eines Killers? Weide! Der vor nichts zurückschreckt. Es gibt schon genug Tote. Warum wirfst du dein Gewehr nicht weg? Doch! offensive Ich riebbelche Ich eventuell oder hier Ich riebbelche Ich riebbelche Vielen Dank.